So, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Followed to New Vegas. Ja, jetzt gehen wir rein. Jetzt stolpern wir rein. Wird auch nicht. Was ist denn? Was ist denn los? Okay. Dieses Kahn haben etwas, hat mir auch gehört. Ein Blood in Chip. Cool. Waren wir vor. Sobald Sie sie befreit haben, wird der Rest des Trupps reinkommen und Ihnen Deckungsfeuer geben. Sie sollten warten, bis es etwas dunkler ist. Dann haben Sie bessere Chancen, es hinzukriegen. Aber ich würde sagen, die Quest machen wir später. Ja. Weil wir wollen die jetzt machen. Die sind wir tot. Nein, ich wollte... Gott. Geht ihr euch wo? Nein, ich wollte noch mal hier sein. Auw! Äh! und sie treffen ich trinke mal die feite taste dann doch nicht mit das war ein ergeral soll da haben sie maschinenpistole und wir eigentlich maschinen mit maschinenpistole brauchen eigentlich immer gleich wieder überladen das das nicht hier also oben wir gucken uns erst mal oben mal nicht so wie denn kurskrank äh ja also nächstes gefesselt was so Aschmacht gefesselt das Moment ja wir gucken Aschmacht auf alle dort sind dass wir welche rumschleichen und dort sind auf eine worte die rk leute die r1k leute warum haben sie die nicht gleich befreit die waren da drin man nicht verstehen ich war mir sicher dass mein letztes ständlein geschlagen ach quatsch aber immer noch was überhaupt von der quest großkern die abfangen wenn auch finden die mensch ich wollte korte es ist auch hier Hey, komm mal auf ein Feilchen, ne ne, wir müssen durch ne Türen. Hab ich gar nicht gesehen. Hey, hey! Ich muss noch nicht treffen. Oh oh, Waffe ist leer. Oh oh, oh oh oh, Waffe ist leer. Das ist meine neue Waffe. Die ist noch gut. Haben auch nicht viele. Ach Mensch, da hab ich die weggeworfen. Na los! Okay, stopp. Oh, haben wir noch Stimpex? Nein, doch. Und den Stufenaufstieg, yes. Oh oh, was nehmen wir jetzt? Ich hab sagen, Sprache. Wir haben eindeutig zu wenig Sprache. Auf jeden Fall. Das machen wir jetzt auf 30. Entschuldigung. Dietrich Wachen hoch auf 30. Schusswaffen. Wir haben noch sechs Stück. Wissenschaft. Hier drückt der. Savarion L. Eiltsch würde ich sagen. Oder noch Sprache. Sprache ist hier eigentlich. Weiter. So. So, jetzt können wir. So, jetzt können wir. Hier ist er. Herr Kopf, erhalten Sie ganz letztlich Erfahrung. Das könnte man eigentlich machen, oder? Oder? Hier sind wir. Extra. Oder? Das wäre auch nicht schlecht. Ah. Boah, das nehmen wir. Übernehme ich auf Stärke. Aha. Tragkraft. Das will ich nämlich. Tragkraft. So. Ob ich mehr tragen kann. Genau. So. Der hat ja gleich mehrere verschiedene Pistolen. Und jetzt können wir ein bisschen mehr tragen. Da können wir doch die mitnehmen. Mal ausprobieren. Die können wir dann reparieren. Abgesägte Schrotzen. Da haben wir da bald runterfallen. Nöp. Nein, aber nicht. Und die ist auch total kaputt. Luftdruck mitnehmen. Graviertes Feuerzeug. Nehmen wir mal mit. Hütze mitnehmen. Und das. Tüche. Nehmen wir zwar nicht. Geh mal auf. Ja. Was hat denn die an Klamotten? Neh. Wahrnehmung. Da war nix. Wo wir bräuchten eigentlich so Dinger. Bei uns. Na ja. Da war es hier. So. Wo ist der andere? Oh. Jetzt bin ich aber schnell hoch gestiegen. Noch einmal. Mal. Ähm. Machen wir noch ein bisschen auf Sprache. Wünsche so 35. So. Sprengstoff nutzt man eigentlich auch nicht. Wissensschaft machen. Genau. Und der Restwoche diesmal für überleben. Ich zeige nicht. Ja. Aber das können wir gleich mal machen. Da wollen wir gleich mal machen. So. Waffe. So. Reparieren. Reparieren. So. Da haben wir noch 65 Schuss. Toll. Ja. Wo können wir schon nehmen? Oh. Kaputt ist. So. Packst mal weg. So. Wollen wir nicht irgendjemand noch. Hatten die nicht auch Maschinenpisteln. Genau. Da kann man es doch voll reparieren. Wenn. Hat doch hier auch noch ein oder. Ne. Das wird der nicht. Aber der bist doch eh noch. Ne. Kann ich noch eh noch mit der? Nicht. Oh. Der hat noch. Oh. Verjessen. Äh. Ich muss noch eh noch haben. Achtung. Der hier. Äh. Nicht genau mehr. Oh ja. Dann machen wir das mit der. Reparieren. 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 Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und also fast nur ganz. So gut. So. Ich auch noch mal hier reingucken. Haben wir schon hier drin zusammengeschlagen worden sind. So. Da schönes. Ne. Äh. Schieß. Äh. Das leere. Ja. Brauchen wir nicht. Der mag nicht mehr. Äh. Da jetzt. Ach so. Schlafen wollen wir nicht. Was ist das? Bleistift. Äh. Brauchen wir nicht. Warum können wir das nicht mitnehmen? Sind ja noch welche drin? Auch ein Blatter. Ich nehme die trotzdem. Ach. Kann man es ganz reparieren. Oh. Aufbereitetes Wasser. Alles gut. Mal. Begleiter hier. Über speichern. Hahaha. Ich dachte. Das muss jetzt nehmen. Und dann werden wir. Geschossen. Bin durchgemacht haben. Oh. 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 Dann lassen wir es machen. Ich stehe es aber nicht. Die sind doch tot. Großgarnis sind doch eh nicht mal hier. Ja. Was soll's. Wussten wir nicht verstehen. Hatte ich nicht gerade noch eine. Achso. Neun Millimeter haben wir jetzt hier. Cool. Maschinenpistole. Cool. Haben wir. Oh. 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 Wir können mal auf die Sto tot. Es ganz so krank unternehmer will das schon. Du sonst gehen oder nicht nehmen. planes oder oder unternehmer oder verstehe ich gerade nicht was müssen wir jetzt machen wir müssen sein alles doch ich komme jetzt ist mal hallo oder hierhin können wir auch vielleicht botten nicht haben wir noch nicht entdeckt dann laufen wir mal das sind auch noch häuser aber gucken oder dahin laufen wer steht da ich finde man ob ich munition oder sowas oder auch nicht ist schon mal nix das ist auch nicht sein oder verbranntes zeug doch hier häftchen nehmen was der wahre polizei alltag kriegt auch noch nicht doch moment ist er mit den anderen raum das andere haus wir wollen auch noch irgendwo hin das soviel von clothing und das können wir nehmen was ist das aber da kann man sie jetzt vollständig reparieren das ist gut das ist gut ja nicht ganz nicht ganz aber schön wird auch ein bisschen krampf außen wo warten jetzt die treppe hier hier findet man doch wie verhaben wir jetzt bei 30 so erstellte die ersten punkte darauf setzen bis naja gut macht ja nix macht ja nichts aber muss ich hier war schon mehr hütten gibt es ja nicht oder jetzt noch jemand hallo hallo besser als gegen die legend zu kämpfen ja genau du bist auch bloß ein soldat hast du auch bloß ein soldat hast du auch wie siehst du aus soldat soldat ja jetzt ist da müssen wir hin hallo bist du hallo danke für die rettung Bitte. Kriege ich was? Bekomme ich was? Ich möchte was haben. Nichts. Kriege ich nichts. Aber wir haben sonst alles gemacht. Hä? Naja. Ihr seid auch solche Spezies, du. Das sieht man auch nicht viel. Hier ist alles zu. Da leuchtet es. Da steht jemand. Hey. Hey, Vogel. Was machst du hier? Was? Dio. Hm. 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 zu meiner familie ich sollte mich dort oben beim 188 eine karawane anschließen aber sie soll erst demnächst ankommen okay alles glaubt es passiert aber hier reingehen weil es so schön leuchtet die musikbox aus danke das ist ja noch ein radschirm also glauben kommen ja nix und wir kommen auch nicht aufmachen ein kunde es kommt inzwischen kaum noch jemand nach bau das nicht warum der großteil der stadt wurde bei der schlacht am hofer staudamm zerstört ansonsten gibt es hier nur die betonfabrik die rnk hat entlang des flusses bunker gebaut aber wie ich höre kommt das etwas spät reisende auf der 188 haben mir erzählt dass die litschen einige orte im süden überrannt hat der meiste kalkstein kommt aus quarry junction im westen aber ich habe gehört dass sich ein paar todes krallen im steinbruch eingenistet haben sollen jetzt gibt es hier nichts mehr zu tun und die arbeiter sind alle aus der stadt verschwunden ich bin der letzte der noch hier ist das sieht so aus als hätte da oben bloß so ein paar haare so ein vereinzelt nach rüber ich was darf sein ich war ja hast du stimmbeck zwei freud hast du stimmbeck ist mit essen brauchen und nicht aber ich wollte posten becks schmutziges wasser das ist ja doch gehen sie bald wieder ja wenn du besseres angebot hast da kommen wir nicht runter dann gehen wir also wir müssen ja zwar jetzt nicht zurück eigentlich sind wir kommen nach mensch ich drücke auf das komische ding hier ist eine große schrott platz von hier sind wir gekommen doch nur wir brauchen wir brauchen mal noch was wir brauchen wir aufbereitet das wasser macht auch ein bisschen db das hat man den verkaufen können was macht das hier kritische treffer 5 macht es bleibt das und nehmen es einfach mal das nehmen wir auch trotzdem mit aber unsere heilung noch ein bisschen aufstocken ja gehen jetzt den becks ja wissen das und das schon ja vielleicht den becks hallo brauchen sie was ja hier ist mein sortiment dass du stimmbecks du hast natürlich auch keine stimmbecks 30 auf ihn aufbereitet das wasser 30 was bringt doch ein bisschen db und stärker immer kommentiert auch mal verkauft beispiel ähnlich job auf aut obwohl es macht ja viel db aus dauert stärken und behalten wir das 80 beiden hoch der fixe macht entfernen wir das mal was macht hydra körperteile wieder herstellen lassen wir haben wir die noch nicht genau die verkaufen auch städte nehmen nicht so haben wir noch 13 ja dann nehmen wir das wasser hat er jetzt 17 kartoffelchips das bringt 1 schaden resten star fünf stück haben wir jetzt in ecke akzeptieren was wird man sind das hier da kann man doch bestimmt rein wo ich was sagen also nicht in die lok natürlich was bist du dass ich sie hier draußen drückt oder victor wir reden dann aber in der nächsten folge mit denen alles klar ihr lieben ich bedanke mich vorher zu sehen für eure kommentare für eure likes und weg hat auch mal neulich und tschüss